Willkommen zu einem Infovideo mal wieder. Lange ist es her und falls ihr euch jetzt gerade wundert, was das für ein Hintergrundbild da ist, das ist Aloy. Das ist nämlich das erste Jahresjubiläum oder so. Ja, wie dem auch sei, ich habe was zu erklären. Ich hatte ja wirklich, ich habe ja wirklich sehr viele Projekte am Laufen. Manche sind schon beendet, ohne dass jemand das weiß, wie zum Beispiel Rage ist beendet oder abgebrochen, weil PS3-Spiele werden nicht funktionieren. Ich habe das alles probiert. Ich habe das Video noch nie hochgeladen gehabt, wo ich das erklärt habe und das werde ich jetzt mal, glaube ich, tun. Hoffe ich, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil es doch, dann wäre das Video ziemlich sinnlos. Aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Und wie guckt sie denn da? Das Bild kennt man ja. Naja, ist ja auch egal. Das war aber nur ein Thema, dass die PS3-Spiele jetzt vergessen sind, so gesehen. Kann man sich also leider sparen. Das andere Ding ist, ich habe wirklich sehr viele Projekte wie hier schon zu sehen. Crash Bandicoot habe ich immer noch im Laufen und gestern habe ich keine Folge hochgeladen, ich weiß. Dark Souls, Fortnite, Gran Turismo, Nioh, Rainbow und The Witcher. Hat alles so seine Gründe. Dark Souls, weil es Souls-like, es soll immer ein Souls-like dabei sein. Nioh, weil Weg des Starken und die DLCs. Gran Turismo, weil es halt eines der besten Projekte ist, die ich jemals hatte so. Fortnite, weil es mir persönlich einfach Spaß macht. Rainbow, weil ich es nicht fallen lassen möchte. The Witcher wegen Endlos und Crash Bandicoot als Wochenendprojekt eigentlich. So, hat also alles so seinen Sinn. Ja, dann gibt es auch noch Spiele wie zum Beispiel Gang Beasts oder Ultimate Chicken Horse, was ich mal gebracht habe, auch als Playlist. Die sind auch nicht beendet, so gesehen, weil es sind Partyspiele, die können immer wieder kommen. Ja, und da wird in nächster Zeit vielleicht öfter was kommen, denn ich bekomme am Montag endlich mein Standmikro, womit ich dann hoffentlich, hoffentlich endlich mal aufnehmen kann mit Leuten in einer Party. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, aber müsste eigentlich funktionieren. Ähm, jetzt ist es aber so, ich habe noch viele andere Spiele, mit denen ich zu zweit spielen kann. Zum Beispiel, äh, Fortnite würde ich dann eher zu zweit spielen als alleine, weil die Runden dann ein bisschen spannender und ein bisschen abwechslungsreicher sind, weil ich hatte noch nie irgendwie Runden, äh, bei meinen Let's Plays, wo ich dann, ähm, mit jemand anderem dann gespielt habe. Zusammen wie Rainbow habe ich auch noch nie mit jemand anderem zusammengespielt in der Folge. Alle 181 Folgen, beziehungsweise 182, weil heute kommt ja noch eine Folge, sind alle mit mir allein, so, ne? Ähm, also, da wird sich auch einiges ändern. Und deswegen müssen auch Projekte leider fallen, denn ich habe auch neue Projekte, die nächsten Monat kommen, ähm, wie zum Beispiel Brawlout, wenn ich es zeige, vielleicht werde ich es auch einfach nur so kaufen, um es zu zocken. Ähm, kann sein, dass ich das dann, ähm, eine Folge mache, so, dice your luck, mäßig so und zeige, was es ist. Ähm, Dead Cells wird kommen, auch ein Roguelike, ist also kein, äh, Souls-like, sondern Rogue. Ähm, werde ich aber eher streamen, glaube ich, mal so für zwischendurch. Ähm, gut, Divinity Originals sind zwei, hat euch auch nicht zu interessieren, das werde ich dann auch mal, äh, ähm, Part vorstellen, mit meiner Schwester dann mal zusammen, wenn alles funktioniert. Wäre ja auch ziemlich cool, wenn das alles klappt. Aber ihr sollt wissen, dass sich bald die ganzen Projekte so ein bisschen verändern. Also Witcher bleibt erstmal, ich wurde auch schon gefragt, wann Skyrim wiederkommt. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, Skyrim ist jetzt, wie lange her, ein Monat oder so, dass es nicht mehr kam. Und es gibt 300 Folgen Skyrim, was ganz schön viel ist und viele hatten auch nach The Witcher dann mal gefragt. Und deswegen spiele ich jetzt The Witcher und mir macht es persönlich auch sehr viel Spaß, endlich mal was anderes dann zu spielen. Auch wenn Skyrim immer in meinem Herzen ist, ja, und ich werde es auch irgendwann wieder bringen, aber ganz sicher nicht mehr dieses Jahr. Also, für die, die Skyrim wollen, gucken sich entweder nochmal die ersten 100 Folgen an. Ähm, ich habe auch eine Skyrim Wars Staffel gemacht, wo ich gegeneinander gegen einen Skyrim spiele, das habe ich mir so ausgedacht mal. War ganz witzig gegen meinen Kumpel. Ähm, wer gewonnen hat, sage ich natürlich nicht. Kann man sich auch angucken, so. Also, es gibt genug auf meinem Kanal, nicht nur Skyrim. Ähm, weil dieses Jahr kommt auch noch Assassin's Creed Odyssey und das wird auf jeden Fall auch eines der Endlos-Projekte werden. Nach The Witcher dann jetzt. Also, Skyrim wird erstmal ein bisschen dauern. So. Dann noch die Problematik mit den Souls-Likes. Ähm, Dark Souls habe ich jetzt in dieser Woche, äh, besser gesagt, doch, das war diese Woche noch, ähm, sehr weit vorangeschritten, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt vor Nido schon gewesen. Ich habe schon Nido gesehen. Ähm, und das war auch ziemlich cool, so. Jetzt ist mein Headset mir vom Kopf fast gefallen. Ähm, ich muss mal ganz kurz meine Tülle zumachen, weil die Kinder da draußen im Hausflur sind übelst mega laut. So. Meine Güte. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ne. Dark Souls habe ich weit vorangeschritten. Mit Neo bin ich nicht so wirklich hinterhergekommen. Aber ich denke mir persönlich, Neo habe ich eigentlich schon durch. Wozu spiele ich eigentlich Wegestarken? Und da habe ich schon oft überlegt, wirst du es vielleicht doch eher abbrechen und es einfach aufcam machen. Aber ich, äh, fasse mir jetzt mal, ähm, ich fasse mir jetzt mal am Herz, ja, und sag mir, nein, du brichst das nicht ab, weil ich möchte wirklich sehr viele unterschiedliche Playlists von Soulslike haben, damit jeder was zu gucken hat. Ähm, aber falls was Neues kommt im Genre Soulslike, und da wird ja bald was Neues kommen, ja, dann wird Neo erstmal positioniert. Weil Dark Souls ist ein Projekt, was noch nicht fertig ist. Neo so gesehen ja schon. Ich mache das nur Endgame-mäßig weiter. Ähm, also nicht wundern, falls Neo irgendwann komplett, äh, mal kurz weg ist. Weg vom Fenster. Ich sollte es natürlich auch schaffen, bevor Neo 2 rauskommt nächstes Jahr. Das ist vollkommen klar. Ähm, ja, aber soviel erstmal zu den Soulslike. Also, wenn irgendwas Neues kommt, wird eins davon erstmal verschwinden, weil ich will nicht drei Soulslike auf meinem Kanal haben, sondern zwei maximal. Maximal wirklich. Eigentlich nur eins, aber, ne. Und Endlosprojekt 1. Äh, und bei den Battles ist es halt ein bisschen schwer. Ich habe mich jetzt nämlich entschlossen, dass Doom, äh, rausfällt. Ja, ähm, denn, ihr seht ja hier bei meinem Projekt, Doom ist nicht mehr dabei. Doom macht mir persönlich verdammt viel Spaß. Es ist ein Shooter, wo man nicht wirklich viel, also doch, man kann sehr viel freischalten, aber man entscheidet halt keine Waffenperks frei, man levelt die Waffen so gesehen nicht. Aber es macht einfach Spaß, mit den unterschiedlichen Waffen halt zu spielen, weil sie sich halt alle anders spielen. Und es hat mir auch Spaß gemacht, die drei Folgen aufzunehmen. Es ist wie mit Paladins, da hat es mir auch Spaß gemacht. Nur, dass ich jetzt gerade keinen Bock habe auf sowas wie Paladins oder Overwatch, könnte ich jetzt gerade einfach nicht. Aber Doom werde ich off-camp noch weiterspielen. Nur vier Battle-Projekte ist ein bisschen zu viel, finde ich. Ähm, deswegen werde ich Doom rauslassen. Ich werde die Spiele rauslassen, mit denen ich nicht mehr dann, mit jemandem zusammenspielen kann. Also es kann sein, dass die erste Staff von Gran Turismo Sport bald weg ist. Also bald fertig. Vielleicht nochmal die nächste Woche. Also ab morgen halt die Woche. Ähm, und dann war es das erstmal auch. Ähm, muss ich gucken, weil ich möchte nicht mehr so viele Projekte eigentlich haben. Gerade was Battles angeht, ist es immer ein bisschen schwer. Drei Battles sind in Ordnung. Äh, vier Battles sind... Da muss man sich schon mal, ne, Gedanken machen, was man bringt. Und bei fünf Battles... Ne, das geht gar nicht. Und, ähm, ich hab momentan jetzt dann wieder nur drei Battles. Aber, ähm... Ich möchte Battles zeigen, mit denen ich halt... Wo ich mit Leuten zusammenspielen kann. Das hat ja auch einen Grund, den ich ja auch nochmal erklärt hab in anderen Videos. Wegen Patreon und so. Und auch wegen meinen Kumpel. Oder meinen Kumpels. Die wollen ja auch mal, ähm... Mit mir zusammen Rainbow spielen. Vor allem, weil die auch sehr gut sind und so. Und, ja. Deswegen wird Gran Turismo leider rausfallen. Aber, nichtsdestotrotz, der Cup wird trotzdem im November kommen. Ähm, die Cups werden weitergehen. Ich werde dieses Spiel auch trotzdem weiter mal Off-Camp spielen. So zwischendurch für eine Runde. Vielleicht auch mal irgendwann, ähm... Ja, gut, ne. Was anderes... Ne. Ne, also Gran Turismo Sport, ähm, wird, glaub ich, äh, komplett wegfallen. Denke ich mal. Ja. Ihr werdet's sehen. Ich werd's dann auf jeden Fall nochmal sagen. Bei Gran Turismo, wann die letzte Folge genau ist. Und ich glaub, das war's jetzt auch erstmal. Crash Bandicoot, wenn ich das beendet hab, da kommt dann erstmal nichts Neues dazu. Ja. Doch. Das war, glaub ich, alles. Also Soulslike wisst ihr jetzt Bescheid. Wenn was Neues kommt, Nioh ist dann erstmal weg und so. Doom, hab ich ja zugesehen, beendet. Drei Folgen, ich weiß, ist nicht viel. Aber Paladins hat auch nur drei. Und Gran Turismo wird auch bald ein Ende finden. Wie viele Folgen hab ich jetzt? Ich glaub, 63 oder 64 oder so. Vielleicht mach ich tatsächlich nur 65 Folgen. Muss ich mal gucken, wie viele ich da hab. Das war's eigentlich schon mit dem Infovideo. PS3-Spiel sind auch, äh, beendet. Jetzt wisst ihr alles, jetzt wisst ihr über alles Bescheid. Ich krieg mein Kabel, äh, mein Standmikro morgen am Montag. Werd's dann natürlich sofort ausprobieren, wenn ich's habe mit nem Kumpel zusammen. Und wenn das dann klappt, dann steht einem nichts mehr im Wege, auch mal mit euch zusammen zu zocken. Probemäßig natürlich noch, äh, ohne irgendwie, äh, monatlich irgendwas zu bezahlen oder so. Sondern einfach mal, um zu gucken, ob euch das auch gefällt. Ja, so. Gut, haut rein. Bis zum nächsten Infovideo, wann auch mal das kommen soll. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.